Ach, so ein Mist. Wieso? Was ist das? Ich packe gerade den neuen Kevin Kwan aus. Sex and Vanity. Und wieso ist das jetzt Mist? Darauf warten wir doch die ganze Zeit. Ja, aber es kommt nach dem Wochenende. Und mitten im Schulbuchgeschäft kann ich 10 Seiten lesen und dann falle ich ins Bett. Aber nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende. Okay.